Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Viltrox 16mm f1.8 für Sony, für den E-Mount. Ich fange etwas anders an als andere für ein Review. Ich könnte euch jetzt die ganzen Specs durchlesen, wie schwer es ist und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt nicht, weil es geht mir eher ein bisschen darum zu erklären, warum habe ich mir jetzt dieses Objektiv gekauft. Weil ich hatte bis zu diesem Objektiv, respektive zum Viltrox, übrigens wäre das hier das schöne Stück. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gekauft habe, hatte ich von Tamron das 17-28mm f2.8, also ein variables Zoom-Objektiv. Zwar nur mit einer 2.8 Blende, dennoch war es halt flexibler in Sachen etwas näher anzoomen und hast trotzdem 17mm. 16 ist aber nicht 17, wissen wir mittlerweile, und eine 1.8 ist keine 2.8. Ich habe das Tamron 17-28mm verkauft, weil ich war in einigen Punkten nicht mehr ganz so einverstanden oder zufrieden, was die Abbildung vom Tamron angeht. Gerade in der Nacht bei Langzeitaufnahmen, wenn ich etwas unterbelichtet habe, hatte ich sehr störende, komische, so eine rote Umrandung. Ich habe nicht herausgefunden, woher das ist, wusste nicht, ob das eine Reflexion ist von den Linsen durch irgendwelche Lichtquellen. Obwohl ich eine Sonnenblende drauf hatte, war das einfach da. Und es entstand wirklich nur dann, wenn ich stark unterbelichtet habe, also wenn, sagen wir, eine Minus 1 auf dem Bild, auf dem fertigen Bild, kann ich mit anderen Objektiven in der selben Situation, im Nachhinein im Capture One, kann ich einfach den Schwarzregler hochdrehen oder die Tiefen, und ich habe das nicht. Und ich hatte das beim 17-28mm von Tamron hat, hatte ich das einfach. Hat mich gestört, weil es auch nicht mehr reparierbar war. Also es hat wirklich einige Bilder versaut, jetzt gerade auch in der Gewitterfotografie nachts. So, dann hast du einfach den hellen Blitz und alles andere ist ja dementsprechend noch recht dunkel. Willst die Tiefen hochziehen, hast dann diese störende, rote, weiß nicht, was das ist. Ich habe es nicht herausgefunden, habe auch Tamron selber angeschrieben. Die haben gemeint, ja, schickt das Objektiv 1, könnte ein Softwareproblem sein. Gehe ich aber davon aus, dass das kein Softwareproblem ist, sondern dass das irgendwas mit der Bauweise zu tun hat. Und habe dann gedacht, weißt du was, verkaufst du das? Und zu dem Zeitpunkt kam dieses neue, das neue Wildrocks. Ist komplett aus Metall, bis auf natürlich den Deckel und auch die Sonnenblende. Ich habe das gekauft, weil ich auch öfters halt die Milchstraße fotografieren möchte. Und da ist 16 halt keine 17 und mit einer 1,8 Blende habe ich halt einen riesen Vorteil. Ich muss mit dem ISO nicht so hoch. Und man sieht das übrigens, man sieht das wirklich in der Nachbearbeitung. Also im Vergleich zwischen Tamron 17, Wildrocks 16, aber dafür eine 1,8 Blende. Also man sieht diesen Unterschied, wirklich markant. Also ich kann mit dem Objektiv da draussen die Milchstraße fotografieren mit einer 1,8 Blende um einem Tausender ISO. Beim Tamron waren es 3200, 4000, zum Teil sogar bis 6400. Also das ist schon mehr, schon ziemlich mehr. Darum habe ich mich entschieden, das Tamron zu verkaufen, um mir das neue Wildrocks zu kaufen. Ich habe vorgängig nur wenige Reviews gesehen. Respektive nicht wirkliche Reviews, sondern eher so Vorstellungen vom neuen Wildrocks Objektiv. Die meisten waren plus minus etwas begeisterter, weil es noch dieses Display hat. Da vorne, ich zeige das mal so, ich hoffe, dass der Fokus scharf stellt. Man sieht hier ein Display. Dieses Display zeigt einem an, beim manuellen Fokussieren, wie nahe man ist oder wie weit weg das man ist. Man kann dort ziemlich genau einstellen, unendlich fokussieren oder auf 5 Meter. Ich finde, dass das wirklich sehr, sehr genau ist. Viele haben das so ein bisschen positiv hervorgehoben. Einige haben auch gesagt, ja 16 Millimeter ist eine Brennweite. Die hatten wir bis jetzt so für den E-Mount noch nicht. Zumindest nicht für eine 1.8er Blende und Autofokus natürlich. Das Objektiv hat Autofokus. Und dementsprechend habe ich gesagt, ja das ist was für mich. Die meisten haben auch das Objektiv gelobt und gesagt, die Bauweise, also die Haptik und alles, wirklich sehr hochwertig. Könnte auch so ein ernstzunehmender Gegner vom G-Master von Sony 14 Millimeter 1.8 sein. Wurde dann auch jetzt in der Vergangenheit öfters verglichen oder respektive reviewt. Von DaVision glaube ich war das. Der Wiesner hat das reviewt. Beim Wiesner hat es gut abgeschnitten. Er ist aber auch nicht so wirklich in die Details eingegangen. Also respektive hat das auch nicht so, eher oberflächlich reviewt, wo dann der Vision da schon eher in die Details ging. Und vor allem bei Offenblende, also 1.8, die Randschärfe kritisiert hat. Dass halt die Mitte, das Zentrum bei 1.8 sehr scharf ist, wirklich hervorragend. Und dass sich durchzieht dann auch bis zu einer geschlossenen Blende. Aber halt die Ränder oder die Ecken unscharf sind. Oder respektive wirklich zum Teil markant unscharf. Und dennoch bin ich, und darum geht es jetzt heute in dem Video, wahnsinnig überzeugt von diesem Objektiv. Diese Funktion mit dem Display ist schön, bräuchte ich aber nicht. Wenn es rein nur die Anzeige wäre, bräuchte ich die nicht. Im Gegenteil, ich habe jetzt schon zum Teil die Situation gehabt, nachts, dass ich irgendwo stehe und eigentlich darauf angewiesen bin, dass alles dunkel ist. Damit ich genug sehe von der Umgebung, dass ich die Milchstraße von bloßem Auge sehe, um den Bildausschnitt zu wählen. Und da dieses Display so hell ist, war das fast wie eine störende Lichtquelle. Für mich, nur für mein Auge, nicht für das Bild oder für die Kamera. Also rein das Display hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es gibt jetzt aber, und jetzt kommt der wichtige, wichtigste Punkt, es gibt eine Funktion, die ist Gold wert. Ich gehe mit dem Wiesner einig, das Display kann man, muss man aber nicht, gehe ich mit ihm einig. Aber eine Funktion ist da, die sollte jedes Objektiv haben. Und zwar habe ich hier zwei Tasten. Mit der einen Taste, da kann ich irgendetwas belegen, dass ich dann mittels USB und dem Programm, was man sich runterladen muss, quasi dann kann sagen, was auf der FN1 Taste, was ich dort programmieren will. Standardmäßig ist dort irgendwas, keine Ahnung genau, was drauf ist. Ich habe es noch nie gebraucht. Kann man halt dann so einstellen. Der zweite Knopf ist die FN2 Taste und das ist das Geile. Achtung jetzt. Ich kann jetzt also, ich habe das öfters gemerkt, zum Beispiel beim Blitze fotografieren. Ich stehe irgendwo, ich stelle den Fokus ein, drehe die Kamera dann irgendwann zur Seite, weil ich sehe, ah, jetzt kommt eine Zelle von links. Ich ziele mal da drauf und beim Verstellen mit der Kamera und so weiter, kommt man manchmal an den Fokusring und verstellt den Fokus. Das ist das Schnee von gestern, weil ich kann, wenn ich den Fokus einstelle, kann ich diesen Fokuspunkt abspeichern mit dieser FN2 Taste. Kann dementsprechend einmal rumdrehen, den ganzen Fokus wieder verstellen. Sobald ich wieder auf diese Taste drücke, schnellt der Fokus wieder dahin zurück, wo ich ihn abgespeichert habe. Als wäre das noch nicht genug, kann ich zwei solche Punkte markieren. Also ich kann jetzt zum Beispiel genau auf Unendlich, Milchstrasse, Blitze abspeichern. Kann dann aber sagen, ich fotografiere häufig auch in der Naheinstellgrenze, speichere das auch ab und ich kann in kürzester Zeit zum Beispiel auch für ein Fokus-Stacking zum Beispiel zu machen. Wenn ich zum Beispiel zwei verschiedene Schärfentiefe habe und das Ganze zusammen stacken will, kann ich mir die zwei Punkte speichern und im Schnelldurchlauf hin- und herswitchen mit den gespeicherten Punkten. Insbesondere ist es aber einfach geil, dass ich beim Verstellen der Kamera vom Bildausschnitt her, wenn ich da rankomme, kann ich nur die Taste drücken, er springt wieder an den selben Punkt, wo ich ihn eingestellt habe. Und es stimmt auch dann wirklich. Also es ist nicht ungefähr Unendlich oder ungefähr 17 Millimeter, sondern es ist 17,1. Und der Fokus ist genau wieder am selben Punkt. Und das finde ich, jetzt abgesehen vom Display, wo ja eigentlich nur informativ ist, aber das habe ich ja auch auf der Kamera, das sehe ich ja dort auch. So, ist das eine Riesensache, finde ich. Eine Riesensache. Man hat noch einen AF-MF-Schalter. Brauche ich weniger, weil ich mit dem Objektiv tatsächlich meistens bis immer manuell fokussiere. Ich benutze an so Objektiven meistens kein AF bei Landschaften, weil ich ganz sicher will, dass dann auch wirklich der Punkt scharf ist, wo ich will. Und nicht der AF dann irgendwo zwar zeigt, aber dann was anderes nimmt. In den meisten Fällen funktioniert es ja, aber das gibt es ja. Dann haben wir hier noch den Blendenring. Der geht von 1,8 geht er bis F22 und danach kommt automatisch. Solange ich diesen Blendenring irgendwo zwischen 1,8 und 22 habe, kann ich das an der Kamera nicht umstellen, sondern nur da. Sobald ich das aber auf A stehen habe, kann ich an der Kamera umstellen. Automatisch bedeutet also hier, stell es an der Kamera um, habe ich immer da, weil ich es gerne an der Kamera umstelle. Die Blende, ich bin so eingespielt, ich will das gar nicht mehr anders. Es gibt auch noch einen Klickschalter für Klick, On und Off. Das betrifft den Fokusring. Der hat jetzt so kleine Klicksteps und wenn ich den Schalter umstelle, hat es den eben dann nicht mehr, sondern es ist schön smooth. Es ist mir jetzt, das ist so ein Future, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Was soll mir denn das jetzt bringen, ob das geschmeidig geht oder so ein bisschen mit Haptik. Ich sehe dafür die Praxis wirklich keinen Nutzen, zumal ich es ja eh an der Kamera umstelle. Also für den Schalter hätte man jetzt irgendwie eher einen anderen Schalter machen können. Zum Beispiel einen Fokus-Lockschalter, dass man den Fokus und dann lockt, damit man dort am Fokusring rumdrehen kann, wie man will. Und es passiert dann nichts und es verstellt nichts. Aber das haben wir jetzt eigentlich den Knopf. Aber ich glaube, so ein Schalter hätte eventuell diese Knopf-Funktion mit dem Speichern vom Fokus vielleicht auch ersetzt. Also das ist ein Zusatz, wo ich wahnsinnig begeistert bin. Weiter kommt eine Sonnenblende leider, also es ist schon massiv besser als beim Wildrocks 85mm der zweiten Generation. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich habe aber auch schon in anderen Reviews gesehen, dass alle Mühe haben, mit der Sonnenblende anzubringen. Das ist eine Katastrophe beim 85er. Hier ist das besser. Aber auch hier habe ich irgendwie, es gibt auch kein Einrasten so wirklich. Ich habe nicht so das Gefühl, jetzt sitzt das Ding. Ich kann ohne viel Mühe, kann ich das einfach drehen. Also das ganze Objektiv ist eigentlich von da bis da top gebaut und dann kommt die Sonnenblende und irgendwie, ja. Also da gibt es, glaube ich, gibt es Besseres. Schön zu wissen ist, ich kann trotz 16mm, habe ich ein Filtergewinde, 77mm Durchmesser. Gerade bei Stecksystem, also mit Rechteckfilter, ziemlich geil. Könnt ihr also auch gut Langzeitbelichtungen machen, ohne sich irgendwie ein Filter kaufen müssen, von der hinten rankommt. Würde eh nicht funktionieren bei dem Objektiv. Weiß ich aber nicht genau, habe ich noch nie probiert. Also wirklich toll, ihr könnt auch gut Filter anbringen. 77mm sind meistens, also so ein Adapterring ist meistens vorhanden in den Sets. So könnt ihr da auch die Rechteckfilter nutzen oder je nachdem auch Schraubfilter, wie auch immer. Ja, das ist doch zur Haptik und zum Gut und Negativ. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Bildqualität. Ich blende euch auch noch ein paar Bilder ein, gerade auch die Milchstraße, die ich gemacht habe, um auch zu zeigen, wie markant ist jetzt das Problem mit der Schärfe an den Rändern und in den Ecken. Ist das ein Gegengrund für den Kauf oder ist das, wofür nutzt man denn das Objektiv? Meinerseits Milchstraße, Landschaft, wenn ich am Gewässer bin, irgendwas in der Mitte groß haben will und drumherum alles trotzdem viel auf dem Bild haben, also einen weitwinkeligen Look habe und dann ist es ja doch meistens so, dass du in der Mitte, im Zentrum eigentlich das Hauptmotiv hast. In den meisten Fällen, so oder halt in einem Drittel, wenn man die Zweidrittelregel beachten will, aber das ist dann immer noch nicht die Ecke. Und ich für meinen Teil auf meinen Bildern mit einer 1.8er Blende, was ja meistens eigentlich nur bei der Milchstraße vorkommt, sonst könnt ihr ja abblenden. Also durch den Tag, wenn ihr Langzeitbelichtungen machen wollt, blendet ihr sowieso ab, mit oder ohne Filter, am Gewässer, an Seen oder irgendwas und so weiter und so fort. Sonnenuntergang müsst ihr ja auch abblenden, um einen Sonnenstern hinzukriegen. Also blendet ihr eh ab und das wird dann sofort besser. Also es wird dann ab 2.8, 4 Blende wird das top, kein Problem mehr auch in den Rändern. Einfach diese 1.8er Blende und da sind wir dann halt einfach in der Astrofotografie, wo das irgendwie einen Unterschied macht. Und ich finde, auf meinen Bildern sehe ich keinen wahnsinnigen Unterschied. Ja, klar, man hat schon, ich blende auch noch ein Bild ein vom Wasserfall in der Schweiz, das ist der neuer Fall, neuer Fall, bin mir nicht mehr sicher, im Kanton Appenzell, müsste das sein. Da sieht man auch so ein bisschen, dass das Zentrum eigentlich ziemlich scharf ist und die Ecken so ein bisschen abkacken, aber es, auch auf einer geschlossenen Blende jetzt tatsächlich, nimmt aber dem Bild nichts. Es nimmt dem Bild nichts, wirklich nicht. Also ich bin da nicht anderer Meinung als jetzt zum Beispiel ein DaVision. Ich finde auch, dass die Bildqualität gegen die Ecken zum Teil abnimmt. So ist aber bei vielen Objektiven so und ist bei den meisten auch bei Offenblende der Fall. Also ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich das massiv stört. Fazit für dieses Objektiv für das Wildrox 16mm 1.8. Bin ich denn jetzt glücklich, dass ich das Tamron 17-28-2.8 verkauft habe und jetzt eigentlich eine Festbrennweite habe und kein Zoom? Zum Verständnis, ich habe die nächste Brennweite erst 28. Also ich habe zwischen 16mm und 28 nichts mehr. Das heißt, erst bei 28 geht es bei mir weiter mit dem 28-75 von Tamron, das mich gerade filmt zum Beispiel. und danach dann 70-300, 200-600 und etliche Festbrennweiten noch dazwischen, so für Makro, für Portrait und so weiter und so fort. Aber von 16 bis 28 habe ich nichts mehr. Fehlt es mir? Manchmal. Es gibt Situationen, da finde ich, jetzt wären 20mm cooler gewesen vom Bildlook. Es gibt Situationen, wo ich sage, jo, jetzt wären irgendwie 25 oder 24mm cooler gewesen. Es gibt die Situation, aber meistens kann ich das entweder, mache ich halt einen Objektivwechsel zum 28-75 oder ich nehme es halt weitwinkelig auf und kroppe dann ein bisschen rein. So, das sind so diese Situationen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das Objektiv des Wildrocks ist ein geiles Teil, aber ich muss das andere wieder haben oder ich muss jetzt einen 16-28 von Sigma holen oder so, weil es mir so total fehlt. So ist es nicht. Ich komme mit dem alleine 16mm und dann erst ab 28 wieder von Tamron, komme ich top zurecht und ich bin extrem zufrieden. Die Bauweise, die Futures, gerade mit dem Abspeichen vom Fokus top, alles in allem auch, dass man die Filter verwenden kann, wirklich geil und ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dem Objektiv. Naheinstellgrenze müsste ich jetzt frei aus dem Gedächtnis sagen, entweder sind es 19 oder 21mm, bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich hatte den Eindruck, ich habe auch einige Bilder gemacht, werde ich auch einblenden, wo ich Pflanzen fotografiert habe und auf einer 1.8er Blende, also schön mit Bokeh und das Bokeh ist schön, finde ich, für 16mm ist ganz schöne Hintergrundunschärfe, macht man also tolle Weitwinkel, nicht Makroshots, aber Nahaufnahmen von Blumen, von Blüten und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich toll. Also da bin ich wirklich sehr begeistert und ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Ich habe für das Tamron 1728 für den Verkauf noch 600 irgendwas erhalten und habe für das 580 Euro bezahlt, damals mit einem Rabatt bei Pergir im Store. Nein, das stimmt auch nicht, bei Wildrocks im Store war es tatsächlich. 480 Euro bezahlt, also 120, 200, 200, 200 Euro günstiger als das 1728. Hat die, aber kein Zoom. Dafür eine 1.8er Blende und hat ein Future, das wirklich geil ist mit dem Focus saven. Ja, ich kann das Objektiv wirklich empfehlen, für Leute, die gerne Astrofotografie betreiben, für Leute, die gerne Landschaftsfotografie machen. Selbstverständlich sind 16mm auch cool. Nahaufnahmen von Weitwinkeln, Nahaufnahmen von Blumen, Blüten und so weiter. Macht man wirklich sehr schöne Bilder. Hat eine schöne Hintergrundunschärfe mit einer 1.8er Blende. Gerade auch mit der Naheinstellgrenze bekommt man sowas sehr schön hin. Dementsprechend für mich einen Daumen hoch, bereichert mein Fotorucksack und ist definitiv auch ein Zuwachs zu meinem Pergir 14mm 2.8. Das ist ein manuelles Objektiv, habe ich schon reviewt, könnt ihr in meinen Videos sehen. War ich sehr zufrieden, ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass wenn ich Milchstrasse fotografieren will, dass ich bei einer 2.8er Blende auf 14mm niemals eine 2.8er Blende habe. Das ist zwar so eingestellt am Objektiv, ich bin aber beim ISO, damit ich auf 0 bin, bin ich bei 8.000 oder zum Teil so ein 10.000er ISO, damit ich bei 0 bin. Wechsle ich das Objektiv, zum Beispiel mache ich das Samron 2875 Rand, auch 2.8er Blende und öffne die komplett, dann bin ich bei einem ISO von 3.000 maximal. Das heisst, das Pergir ist ein geiles Objektiv, hat mir auch sehr gefallen, ist aber keine 2.8er Blende. Das ist irgendeine F4 oder irgendwas, aber es ist keine 2.8er Blende. Und ist halt dann für Milchstraßen, Astrofotografie nicht wirklich geeignet, weil einfach der ISO so dermassen hoch ist, dass das halt nichts ist. Aber ihr habt dann halt einfach für 180 Euro trotzdem ein schönes Weitwinkel. Aber dafür gibt es ein eigenes Review, könnt ihr auch nachgucken. Das ist einfach ein bisschen ein Upgrade, das tolles Objektiv, aber keine 2.8er Blende. Zumindest nicht mein Modell, wirklich nicht. Ist jetzt ja übrigens eine zweite Generation gemacht worden von Pergir, könnt ihr jetzt kaufen. Also wenn ihr jetzt das 14mm 2.8 kauft, bei Pergir ist es nicht mehr meine Version, sondern eine Update-Version, hat dann auch eine 20mm Naheinstellgrenze und keine 40 mehr. Die 40 waren auch ein bisschen ein Dorn in meinem Auge, aber für 180 Euro, ja, kann man das ja schon machen. Dementsprechend ist aber das 16mm 1.8 jetzt wirklich für mich ein Riesen-Upgrade und ich bin wahnsinnig happy, gerade für die Milchstrasse. Ich staune jedes Mal wieder. Ich habe ein 1000 ISO und knackig scharfes Bild. Geil, wirklich die Funktion mit dem Fokussperrer, also wirklich top. Bin ich sehr, sehr glücklich. Vielleicht wird es irgendwann in Zukunft dann zusätzlich, dann vielleicht doch nochmal einen Zoom geben. Wir gucken jetzt mal, wie sich das 1750 von Tamron schlägt, das neue R4, damit ich einfach für gewisse Situationen, gerade tagsüber, je nachdem noch was dazwischen habe. Aber im Moment, sage ich mal, fahre ich mit meinem Equipment ganz, ganz gut. Könnt ihr auch auf meiner Homepage nachgucken, was ich zurzeit alles besitze. Es wird auch in absehbarer Zeit ein Review geben über das 60mm von Perky 2.8, das Makroobjektiv, das manuelle. Auch in der zweiten Generation und hat einen Abbildungsmassstab von 2 zu 1. Also das Motiv ist doppelt so gross wie von bloßem Auge. So finde ich Hammer. Hammer. Ich war mit dem schon unterwegs, mit Blitz und mit Diffuson und allem. Wirklich geil. Es ist zwar manuell, es ist eine Herausforderung, aber das macht es aus. Und die Bilder, man klopft sich noch viel eher auf die Schulter, wenn man weiß, man hat ein geiles Bild hingekriegt. Das soll es gewesen sein von neuen Wildrocks. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne in den Kommentar. Funktion. Ich versuche da so gut es geht zu antworten. Ihr könnt auch auf meinem Instagram-Profil, was ich verlinke, könnt ihr auch Bilder angucken, die mit dem 16mm entstanden sind. So, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Was kann man denn damit? Was kann man nicht? Grundsätzlich kann man alles damit machen, außer zoomen. So, ansonsten. Wirklich geil. Eine Empfehlung von mir. Ja, ich danke fürs Zugucken. Ich hoffe, dass alles soweit okay war. Ich möchte auch noch sorry sagen für mein letztes Video. Der Weissabgleich war katastrophal. Ich war ein orangiges Alien und habe ja auch mit dem 16mm von Wildrocks gefilmt. Das werde ich auch nicht mehr machen, weil die Hände dann so riesig sind, wenn die näher sind an der Kamera als ich. Dann hat man das Gefühl, ich habe solche Hände und der Kopf ist so klein. Das ist nicht der Look, finde ich. Entschuldigung dafür. Ich versuche mich zu steigen in meinen Videos qualitativ, auch tontechnisch mit dem DJI-Mic und bildtechnisch natürlich auch. Ja, danke fürs Zuhören, zugucken. Und ich hoffe, wenn ihr überlegt, soll ich, soll ich nicht, ich kann es empfehlen. Daumen hoch ist toll. Tschüss, tschüss.